mein gott ist das spannend eine rampe und wir laufen sie runter wenn wir jemals unten ankommen das alles erwartet in der nächsten nein tut er nicht der weg hoch war irgendwie schlimmer so wo ist jetzt muss man hier sein oder da ist immer noch bei mir das schlicht jetzt von der anderen seite vielleicht wir sind also fett wir sind richtig auch meine stimme verabschiedet sich gerade das ist nicht gut kleinen moment und ja gerade da ja 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 schon das ja ja Okay, was spricht sie? Wasserfällig? Das sahen wie komisch aus. Du wirst keine Angst haben. Lass mich raten. Wackeln? Lass ihn in Ruhe. Ich kann ihn nicht töten, oder? Doch, kann ich. Ich kann ihn nicht töten, aber ich kann ihn nicht töten. Okay. Toll, sie folgt mir jetzt. Ich kann ein Händchen halten. Und jetzt? Vielleicht wieder ganz oben lang, aber glaube ich nicht. Hm. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, ich sehe gar nichts. Ah, hier kommen wir doch raus. Ah, okay, sie kann auch klettern, gut. Komm mit. Das ist ultra kryptisch, aber okay. Oh, lass mich raten. Speichern. Was? Das ist cool. Ja, wir chillen uns hier auf die Couch zum Speichern. Ich frage mich ja echt, wer während des Spielens seine Festplattenkontrollleuchte im Blick hat. Also ich nicht. Definitiv nicht. Wir haben 17 Minuten gebraucht. Okay. Können wir wieder aufstehen? Okay. Komm, Händchen halten und weiter hier. Hier irgendwas? Nope. Alter. Wie ich sie auch... Ich laufe halt nicht mit ihr. Ich ziehe sie halt so durch die Gegend. So. Komm mit. Was? Okay. Nicht loslassen. Muss ich tun. Okay. Gar nichts. Einfach nur sie nicht loslassen. Ähm. Ja, sie kann ja die Türen hier aufmachen, ne? Okay, da muss ich draufstehen. Kann ich die... Ich kann hier gar nichts zerschlagen. Komm mit. Ich hab keine Angst vor euch. Ich hab hier meinen... Hm. Hier, ihr das... Was? Die krabbeln die Wände hoch? Das ist fucking unfair. What? Wir versuchen, mich zu überspringen. Kommt da noch mehr raus? Okay, einfach weg hier. What the fuck? Äh. Da ist ein Speicherpunkt. Tja, liebe Leine, ich würde sagen, das sieht schlecht aus. Kommen wir da zurück? Zurück kommen wir wieder. Hm. Ich muss irgendwas tun. Kann ich da rüberspringen? Ich glaub nicht, nein. Learning by doing also. Okay. Damit kann ich leben. Ich kann da nicht rüberspringen. Das heißt, es gibt eventuell irgendwas in diesem Raum, was ich tun muss. Jetzt erstmal wieder die verprügeln. Was ist hiermit? Was ist hiermit? Was ist hiermit? Ich will hier auf helmusen. Alles klar, da gehen wir doch erstmal hoch. Da komm. Was machst du? Man kann die hier raufklettern? Kann ich die auch benutzen? Ne, sie kann da raufklettern. Ach doch, ich auch. Und jetzt? Komm her. Kindchen halb Prozent. Gucken, wo es hier oben hingeht. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu schnell. Sondern ich habe gerade im Grunde genommen keine Ahnung, wo ich lange gehe. Moment, hier geht es auf jeden Fall runter, richtig? Kamera, please. Das ist so diese Resident Evil Kamera, wo man an sich nicht sieht. Ja, hier ist nämlich zu. Also ich vermute, ich kann hier runter, aber... Schalter oder irgendwas Ähnliches wäre praktisch. Schalterhebel, hier ist eine Kette. Okay. Hier ist ein Speicherpunkt. Kann sie irgendwie hierher kommen? Oh, ich bin auf der anderen Seite. Hm, muss man so irgendwie die Tür öffnen, damit sie da durchkommt, ja? Guck mal, wo ist die Tür? Da ist ein Schalter. Dreh dich doch mal bitte. Nice. Aber hier ist auch noch so ein Klotz. Oh, hier ist so viel Stuff, ne? Okay, wir probieren jetzt erstmal den Schalter. Okay, nice. Das heißt, ich gehe jetzt hier das holen und gehe da hinten speichern. Haha, ich habe es so gerochen. Oh mein Gott, das sind die anderen welche. Fuck this shit. Das ist meine Braut. Wo sind die hin? Wo? Was? Du träumst ja wohl von Hallo? Kommst du wohl her? Ey! Das ist nicht lustig. Okay, ich kann sie einfach festhalten und da rausziehen, okay. Hm. Hört ihr wohl auf? Was zur Hölle? Ja klar. Meinst du, du kannst dich einfach mit vorbei shooten oder was? Glaub ihr wohl nicht hakt? Was? Oh klar. Ihr nehmt sie mir einfach weg oder was? Hörst du wohl auf? Steh wieder auf. Hallo? Rette sie. Wow. Machen wir jetzt sonst noch wen? Komm her du. Ja komm. Wow. Klar. Du scheiß Cheater. Ich glaube da wohl der Takt. Kommst du wohl her? Warum ist die Musik vom Spiel so leise? Wie ihr dodged? Was geht? Komm, wir gehen speichern. Okay. Na komm, setz dich. Ich merke schon mit diesen schwarzen Viechern ist es nicht zu spaßen. Die sind ziemlich uncool. Ja, möchte ich überschreiben. Hm, hm. Huh? bravee, denn ichemploy.